Das ist eine Situation, die sich die Mannschaft erarbeitet hat. Es war immer ein Traum von mir, ein Traum von meinem ganzen Team mit der Mannschaft einmal das Stadion hier zu füllen. Wir haben das letzte Saison sehr, sehr gut gemacht. Wir haben teilweise über 10.000 Zuschauer gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, auch in meiner Zeit nicht, wann das das letzte Mal war. Also es ist eine absolute Wertschätzung von den Fans für die Mannschaft, für alle Leute, die da im Verein arbeiten, was sich entwickelt hat. Wenn du nach außen gehst, du spürst eigentlich diese Leidenschaft, diese Freude, dieser Stolz, der bei den Fans wieder da ist. Aber sie wissen auch, dass wir noch nicht so gefestigt sind als Verein, als Mannschaft, dass man sagen kann, wir erwarten jetzt die Top 6, wir erwarten, dass wir um den dritten Platz mitspielen, sondern es ist ganz klar unser Ziel, Top 6. Aber jeder weiß auch, dass wir einen Minus-Drei-Punkte-Rucksack mittragen, der sportlich ein großer Nachteil ist. Wenn man die letzte Saison hernimmt, weiß man, wo wir gewesen wären ohne diese drei Punkte. Aber trotzdem liegt es an uns, dieses Thema nicht zu groß zu machen, sondern wir müssen drei Punkte mehr machen als die anderen und das ist unser Ziel. Musik 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 Vielen Dank.